Ja, es ist schwierig, man ist ja auch ein bisschen wie ein Start ist. 6.18 nach Flüdingen-Haufbahn. Nächste Station Stuttgart-Waldkernstadt. Gut geschehen, das heißt. Grundstück nach Hauptbahnhof begrüßen wir. Aufbahnhof, über Stuttgart-Waldkernstadt, Esslingen, Lochdingen, Nürtingen, Metzingen, und den Kaufbahnhof, wir wünschen Ihnen eine andere Fahrt und ich will ein bisschen noch mal draus geben, weil wir so jeder will zu gucken, wie darf es nicht so gut und keine Tage aufnehmen. Herzlich willkommen bei der SWEG auf der Passnach, Tübingen-Haufbahnhof. Die SWEG fährt für Bewegt. Die SWEG fährt für Bewegt. Ja, fertig. Ja, machen wir. Die Toilette ist, glaube ich, ja. Danke. Ciao. Danke. Ciao. Ja, das ist ein neuer, das ist die Sohn, der ist ja auch vom Bad Glück, der da gab es noch später. Ja, ja, von Sie. Ja, das ist auch die Sohn, das ist Stuttgart-Waldkernstadt. Bitte, das hat sich schon recht aussteigend. Das hat sich nicht so Stuttgart oder so, das ist nur noch mit Gepäck, das ist super. Wir haben ja gedacht, dass der den nicht mehr erreicht, weißt, der ist ja schon ein bisschen verspätet und hat uns auch die Fühne. Aber der ist ja immer länger, braucht er dann, wenn ich halte stehe, aber klar, jetzt darf man mal aufholen. Der ist wenigstens flott gefahren. Besser wie bei den Nazis. Der ist flott gefahren. Der ist ja auch schon. Alles gut, ich bin ganz erreichend. Alles gut, ich bin ganz erreichend. Sehr schön. Sag einfach Bescheid. Für mich ist es ja nicht falsch gemacht. Wir haben das Zeit. Hallo.